In Krishnas Gegenwart eintreten, durch heiliges Studium. Wenn die Aufmerksamkeit auf dem gedruckten Wort ruht, auf ihm wirklich ruht, senkt sich dieses langsam in unser Inneres ein und wird dort zu einer Kraft, die wie ein Generator ist für die Wiedererweckung von der latent in uns angelegten, brennenden Gottesliebe. Wir haben zu viel zu bedenken, uns zu besorgen, uns zu tun in der Welt. Die Gedanken um Krishna und für meine Beziehung zu Krishna finden zwischen so vielen Dingen, die einen beschäftigen, nicht einen rechten Raum. Sie können einen nicht wirklich greifen und berühren, ansprechen, wenn sie nicht durch ausdrückliches Heranholen und Verarbeiten bewusst und gewollt in den Alltag hineingestellt werden. Eben durch das Lesen, durch das heilige Studium. In der Ausklammerung Gottes wird man von den Dingen geblendet. Aber wenn die Präsenz Gottes ins Leben hineindringt, wird das, was vorher faszinierend schien, im Vergleich zu dieser Lebensintensität schal. Das ist die Erfahrung, die zur absoluten Gelassenheit und Loslösung im Umgang mit der äußeren Welt führt. Wäre sie aber ohne die Berührung mit dem Heiligen nur äußerlich nachvollzogen, kann sie eine Härte im Gemüt erzeugen. Die Glaubwürdigkeit des kleinen Ichs und das Stützen auf die eigenen Lebensüberzeugungen schmelzen angesichts der Gewissheit von Gottes Wirklichkeit dahin. Die natürliche Reaktion der Seele ist das aufrichtige Staunen und Stille werden. Dies ist nicht Furcht, sondern ein heiliges Zurückschreiten und die Anerkennung dieser göttlichen Präsenz. In dieser verschwindet das eigene, bisherige Leben, in welchem man sich um Erfolg mühte und Verlust vermeiden wollte, in der Unbedeutsamkeit. Das ist, was die heiligen Traditionen mit der Erfahrung des Erwachens umschreiben. Ein Eintreten in eine viel wirklichere und wesentlichere Umgebung, angesichts derer das Traumleben in Bezug zu allem, was sich wandelt, jegliche Substanz verlor. Bhagavad Gita 2.16 Hier wird der Geist der echten Demut geboren, die Anspruchslosigkeit und Erwartungslosigkeit der eigenen Vorstellungen. Man nähert sich dem unendlichen Mysterium Gottes. Man erkennt die Bedeutungslosigkeit einer Existenz ohne den Bezug zu Gott und möchte ihm nun alle Tore öffnen, ihn zur Intervention einladen. Das ist die Vorbereitung zur heiligen Lesung. Man sitzt ihm zu Füßen und hört ihm einfach zu. All die Gedanken und Bedenken des Alltags sind in ihre Schranken verwiesen. Sie können wieder aufleben, wenn man wieder um das Vergessen der Realität bittet und sein Leben dieser Bitte dementsprechend lebt. Es geht auch nicht um das Bewältigen einer bestimmten Anzahl von Seiten oder um ein Erledigen der spirituellen Aufgabe. Nicht je schneller, sondern je langsamer und andächtiger jemand liest, desto mehr Gewinn. Das Durchjagen schadet sogar und statt die Sehnsucht nach Krishna durch solches Lesen zu vergrößern, schafft es bald Langeweile und man legt alles beiseite. Denn was man da liest, weiß man ja sehr oft schon. Hat es ähnlich wohl schon gehört oder selbst gelegentlich gedacht. Es geht eben wirklich um etwas völlig anderes als erneute spannende Informationsaufnahme. Krishna nahe zu sein durch das Mittel der Shastras, Offenbarungsliteratur. Und da liegt eine ganz große Ähnlichkeit mit dem Gebet. Wir dürfen lernen, auf die ganz leisen Anregungen zu achten, die Krishna uns darin offenbaren möchte. Es ist nicht weise, das Studium der Heiligen Schrift aufzugeben, nur weil es gerade trocken erscheint und scheinbar nicht erwidert. Gerade an solchen Tagen kann man sehr viel lernen, denn wichtiger als meine zeitweilige Stimmung ist die absolute Tätigkeit Shabda Brahman, Gott in Form von Klang, seine gesprochenen Worte als Schrift zu kontaktieren. Es ist ähnlich wie bei sportlicher Tätigkeit. Je länger ich pausiere, desto weniger bin ich in Form und die Rückkehr wird härter. Trockenheit resultiert aus Übervertraulichkeit mit einer Passage. Maya, die eigene Haltung der Gottesträgheit, flüstert mir ein, ich wüsste doch bereits alles. Hier muss ich innehalten und verstehen, dass die Shastra mehr Tiefe enthält, als ich momentan verstehen kann. Eigentlich ist dieser Inhalt zu tief für Worte. Bhagavatam 11.21.36 Denn in ihnen inkarniert spirituelle Realität. Manchmal ist man für eine bestimmte Inspiration noch nicht bereit. Man darf geduldig warten. Wasser wäscht den Stein aus, aber langsam und nicht so leicht ersichtlich. Krishna will das Leben so grundlegend umgestalten. Da dies aber ganz fein und gewaltlos geschieht, braucht es Zeit. Seine Arbeit beginnt im Innersten. Das Resultat wird an der Oberfläche für längere Zeit nicht augenscheinlich sein. Das heilige Studium ist nicht bloßes Lesen und Informationsaufnahme, Meditieren oder Betrachten, sondern Begegnung mit Sri Krishna. Von Angesicht zu Angesicht. Wer die heiligen Schriften studiert, denkt nicht betrachtend über Gott nach, sondern tritt in eine lebendige Beziehung zu demjenigen, der jeden Einzelnen täglich persönlich anspricht, da er einem nie ferne ist. Aus solchem verweilenden Lesen und der Bereitschaft zur Annahme und nicht aus eigenem Verständnisvermögen erwächst der innere Fortschritt. Das Bhagavatam selber wird als ein Avatar-Krishnas betrachtet, das ihn in seiner direkten Präsenz hier ersetzt. Suta Goswami, der Sprecher des Bhagavatam, sagt, er habe durch aufmerksames Zuhören die Gnade bekommen, alles aufzunehmen. Srimad Bhagavatam 1.3.43-44 Bhaktivedanta Swami schreibt in seinem Kommentar dazu, dass man Krishna auf jeder Seite des Bhagavatam direkt begegnen könne. Im heiligen Studium wird die Sehnsucht nach Radha Krishna geboren. Sie ist die vorweggenommene Teilhabe an der Anschauung Gottes und hält die Liebe wach. Gott spricht zu mir. Heilige Schriften sind in diese Welt hineingekommen mit dem Zweck unserer Heilung. Man hört den Sprechenden, der in den Worten gegenwärtig ist. Gerade in unserer Zeit gibt es viele Menschen, die Angst haben, sich in die Lesung heiliger Schriften hineinzubegeben. Sie stoßen in ihnen ständig auf Stellen, in denen von Verurteilung bis hin zur Verdammung von anderen die Rede ist, was nach ihrer Anschauung ein Relikt präaufklärerischer Zeit ist. Anstatt sich zu fragen, was diese Stellen wirklich bedeuten, sind sie auf ihre Bedenken fixiert und berühren darin keinerlei Inspiration mehr. Andere lesen die Schrift mit einer Brille, durch die sie in jedem Wort einen Vorwurf an sich selber sehen. Wenn man mit irgendeiner Brille eigener Konditionierung die heiligen Texte liest, wird uns das Studium nicht beleben, sondern eher verkrampfen und enttäuschen. Oft ist es auch besser, gar nicht übermäßig darüber zu reflektieren und das Thema zu zerdenken. Man lässt das Wort einfach ins Herz hineinfallen und sagt sich, Dieses Wort beschreibt die eigene Wirklichkeit. Ich brauche es nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern möchte einfach nur überwältigt werden von Wertschätzung. Immer wieder ermutigen einen die heiligen Texte, dass die innerste Aufmerksamkeit eigentlich nie müde werden kann, über Krishna zu hören. Krishna ist Navajovana, der Ewig Frische. Da jede Begegnung mit ihm die Faszination der ersten Begegnung hat und in der Beziehung zu ihm die Sättigung, das Grundgesetz der materiellen Welt nie möglich ist.